Musik 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 Das erste Mal eine Art der Sprache, eine Form mich auszudrücken zu können, etwas zu erzählen oder eine Form Erzählungen von anderen, musikalische Erzählungen zu verfolgen. Ich versuche, alles aus diesen Möglichkeiten herauszukürzeln. Und wenn es dann doch brav wird, sagen wir, nein, wir gehören doch noch zu. Ich bin im Projekt Kaleidoskop, Dark Side of the Moon, verantwortlich für die musikalische Einrichtung. Das heisst, ich habe den Auftrag, die wunderschöne Musik von Pink Floyd auf das Instrumentarium zu übertragen, wo es zur Verfügung steht, Strichquartett und Klavier. Ende Great Gig in the Sky, Text ohne Musik und jetzt kommt Moni. Ja, ich bin an sich natürlich völlig der Ungeeignete für die Arbeit zu machen, weil ich zwar die Musik damals sehr gelöst und sehr genossen habe, aber nie selber Pop- oder Rockmusik gemacht habe. In diesem Stück habe ich, das ist das zweitletzte und bis jetzt hat immer das Klavier mitgespielt, aber das wollte ich, weil es ganz ein zaden, durchsichtiger Klang hat, ohne Klavier zu machen. Es liegt aber ein Kontrabass auf der Bühne und darum muss die Pianistin an den Kontrabass, der liegt, aber es ist nur leere Seite und sie zupft den Bass durch auf den Kontrabass und schlägt mit dem Bogen den kleinen Rhythmus und hört das. Er schlägt sie mit dem Bogen auf die Seite und zupft den Bass ein. Also darum ist das so viel Erklärung, also ein bisschen Platt, von einem Baduto wieder ein bisschen, von einem Baduto etc. Zum Klavier habe ich ein sehr gebrochenes Verhältnis. Ich hatte immer Angst beim Klavier spielen, ich habe heute noch Angst beim Auftreten. Ich habe ein Instrument eigentlich professionell gelernt, hauptsächlich als Hilfsmittel, ich wollte Dirigent werden. Ich habe dann gesehen, dass weder mein Gehör noch mein Gedächtnis so herausragend sind, dass dieser Beruf auch in Frage kommt. Aber das Klavier ist jetzt ein Mittel geworden, das ich meine, ich könne mich damit ausdrücken. Damit ich es nicht über den Wecker lesen muss. Genau, und dann machen wir Dir einfach weiter. Genau. Also ich habe gesagt, dass der Meteorisch hatte eine verlorene Sonnensucht. Jetzt kommt der Wecker. Und Ihr könnt weiter, solange bis die Glocken weg sind. Verstehe ich, weil ich immer noch... Okay, nein, 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 aber ich... Wut! Wut! Captain! Hollis! Hollis, hier spricht Stone! Nein, Halt! Musik, Halt! Stone, hier spricht Hollis. Wo sind Sie? Die Leidenschaft ist ein sehr reiches Wort. Leiden hat ursprünglich Reisen gehalten. Und Leidenschaft hat darum das erste Mal bei mir mit dem Wort Neugierde zu tun. Die Musik hat für mich auch gewaltige Vorteile, dass ich in dieser Form, wie ich sie ausübe, als auftretender Musiker, das immer auch ein Zusammenspielen ist. Also ich trete nie als Solist auftrete. Ich... Oh, überhaupt noch Angst. Sondern ich habe immer meine Partnerinnen und Partner. Also bei mir sind es jetzt Sängerinnen und Sänger, die ich hier begleite. Und diese Zusammenarbeit bei der Probe, beim Erkunden eines Stück, das ist etwas ganz Prächtiges. Ohne Leidenschaft, ohne Beteiligung zu sein, und im Arbeiten ist ja auch das Schöpferische drin, ohne Beteiligung zu sein wäre mir keine Arbeit möglich. OHH Ohne Leidenschaft, ohne Beteiligung, ohne Beteiligung zu sein.